Servus und herzlich willkommen zur heutigen Produktvorstellung der Erwin Halter KG. Ich bin der Jörg Dittus und präsentiere Ihnen die Kugelrollen. Ausgleichen, Positionieren, Rollen, Stützen und Transportieren. All diese Funktionen übernehmen unsere Kugelrollen für Sie. Damit können Sie im Fördersystem Teile leicht verschieben, drehen und lenken. Hierzu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Für die Lastaufnahme sind Kugelrollen zum Einpressen verbaut. Für die seitliche Führung sind einschraubbare Kugelrollen eingesetzt. Diese sind justierbar, wodurch das Spiel eingestellt werden kann. Damit Sie für Ihre Anforderungen die richtige Kugelrolle bekommen, stehen bei Halter verschiedene Größen und Varianten zur Verfügung. Neben der einschraubbaren und einpressbaren Variante sind Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse sowie Befestigungselementen sowie aus Kunststoff erhältlich. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Servus.